Michi? Ja? Er macht einfach die Biegel. Boah! Einfach abgehauen. Phantom! Der Opa! Rote Klassiker. Boah ey! Ich hab alle meine Gegenstände verloren. Ok. Kaufen. Shopping Tool. Ja Tindius, was hätt ich machen sollen? Das können die Busters können ihn zurückholen. Ich kauf jetzt mal Räucherstäbchen. Ist ne gute Idee. Dann bräuch ich eine Taschenlampe. Ein Fieberthermometer. Eine Kopfkamera. Oh Gott. Hab ich mich eingeschissen? Ein Follower. Irgendeiner von euch wird doch noch dabei sein. Thomas! Was? Ich muss mal kurz... Ich hab... Oh Gott mein Herz. Ich wünsch dir auch ne gute Nacht. Der Laikos. Schlaff gut. Ja. Ja. Guten Nacht Laikos. Oh Scheiße. Hab ich mich erschrocken. Ich hätte jetzt aber nicht erwartet, dass der uns gleich killt. Ich auch nicht. Vor allem... Ähm... Bei dir stand er bei der Tür und hat mich zugleich gewürgt. Im Stream hab ich's gesehen. Ach deswegen haben die Bilder, wo ich von ihm an der Tür gemacht hab, nicht geklappt. Ja, er hat mich gewürgt und er war an der Tür. Thomas, beweg deinen knochigen Arsch hierher. Oh Gott, ich sterbe hier fast. Wir brauchen ein anderes Todesopfer für Farmaus. Ne, ne, ne. Thomas, brauchst du dich jetzt nicht zu quälen. Thomas, geht's nicht gut. Sag doch was. Was dann? Achso. Geh mal Asyl um. Nein, 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 nein. Nein. Zu dritt bin ich noch bereit, aber nicht zu zweit. Da bin ich ein zu großer Schisser. Ich find... Asylum find ich gar nicht so schlimm. Das ist leichter als Schulhaus. Was? Finde ich. Nein, fand ich erst nicht. Asylum gibt's ja nur links und rechts. Und jeweils einen Kreis praktisch. Und unten. Ja. Dann gehen wir ins Roadhouse. Alles klar, da bin ich dabei. Oh Gott. Ich muss jetzt meinen ganzen Käse noch hinzufügen. Die Kopfkamera brauche ich eigentlich nicht. Die lass ich hier. Kat brauchst du auch nicht. Weil dann erschreckt man. Er wird wach und denkt, wir hatten da geschrien. Muss nicht sein. Aber machen wir nochmal zusammen. War nämlich... Waren coole Runden. Ich stehe vorbereit. Ich stehe vorbereit. Denn ich bin zu breit. Rapper Karriere kann ich vergessen. Ich bin zufrieden. Liebe Community. Ihr seid herzlich eingeladen. Jederzeit mitzumachen. Also das Spiel wird noch ein bisschen öfters kommen. Weil es ist einfach super. Auch wenn ich mich hier einscheiße leif. Und ja, keine Ahnung was mit Dennis ist. Der wollte eigentlich kommen. Deswegen hat es unter anderem auch so lange gedauert. Bei dem ist noch was dazwischen gekommen. Du hast gesehen, wo wir jetzt sind. Äh, nö. Ach, das ist Paul Haus. Genau. Ich denke diesmal an den Schlüssel. Foto vom Geist. Ach, Bewegungssensor. Ich hasse das. Nee, Albu Klöcki. Albu Klöcki. Geil. Ich bin letztes Mal hier drin. Ich stand nach 5 Minuten und habe versucht das Wort zu lesen. Und dann ist mir eingefallen. Albu Klöcki. Ganz normal. Breaking Bad. Alter. Habt ihr gesehen? Natürlich. Versuch mal das Wort Brathering auf Englisch auszusprechen. Bis dir irgendwann auffällt, dass es Brathering ist. Brathering. Das ist genau wie Brotherstellung. Ist auch sehr lustig. Der Little Brother. Hör. Hä? Wegen dem TH. Das ist so mies. So, ich nehme wieder meinen Thermometer. Ich gebe dem Flo jetzt noch 30 Sekunden und ich hole mir schnell eine Flasche Wasser. Übrigens, seine Rektaltemperatur ist 18,1. Ein warmer Bruder. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute. Ich haue euch nochmal den Link. Hier. Von Michi rein. Das ist, äh, der Brude mit dem ich gerade zocke. Dann hier bitte einmal. Art Simulator gibt es. Der nennt sich Search and Simulator. Den wird es nach dem Umzug übrigens geben. Da wird es auch viele VR-Projekte geben. Schaut bei Cat vorbei. Das ist super. Achso. Ja, super. Schaut bei Flocke hier vorbei. Mein Gott. Geht hier gerade. Jetzt ist jetzt gerade richtig Werbung hier. Schaut bei der Trennwand vorbei. Das ist ja gut. Mit Lycos. Äh, Flocke. Und Cat. Äh, die beiden streamen immer zusammen. Also lohnt es sich auch bei beiden ein Follow da zu lassen. Äh. Oh, Genius. Tut mir leid. Das ist ja deine Aufgabe. Tut mir leid. Genius ist ja unser, äh, Werbefuzzi. Mein Gott. Dann hau bitte mal, äh, Ausrufezeichen Felser. Oder Ausrufezeichen Lautschmer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich für den habe. Alter. Oh Gott, mein Herz. Okay, Ausrufezeichen Felser. Das ist nicht der Link. Mein Herz. Bei mir ging gerade die Klingel. Oh Gott, bin ich, bin ich, 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 boah. Ich glaube, ich habe einen Instant Herzschildstand gehabt. Oh. Hau den Game Night raus, genau. Michi? Ich bin jetzt im Discord, mich jetzt rausgeworfen, weil ich mich nicht bewegt habe. Oh, ich sehe es. Jetzt bin ich alleine. Vergiss es. Falls du mich hörst. Ja, ich, ach so. Ja, ähm, ich höre dich. Was? Ich gehe auf Poltergeist. Ich habe zu zweifeln. Noctis, da bin ich auf jeden Fall dabei. Hallo? Hallo? Vielleicht habe ich ja recht, das ist der richtige Geist. Ich habe eine Chance von 1 zu 12. Schade. Es war ein Gin. Och Menno, ich hatte schon ewig keinen Gin mehr. Flo. Hallo? Ja, ich höre dich ja, Michi. Hier ist der Code. 19555. Du geile Socke. Ich höre dich ja, Michi. Ach so. Ich habe mich nur stumm geschaltet. Mich hat es rausgeschmissen. Ich höre es. Wir hatten einen Gin. Einen Gin? Ja. Ja. Du hast eine ganze Leine gelöst. Ja, ja. Ich habe es falsch gewählt, aber es war ein Gin. Ein Cat, ich hatte schon ein Gin. Wo ich mit Daniel, äh, Thomas und äh, Matthias gezockt habe, hatten wir einen Gin. Sorry, ich... Ach so, warte mal, du hörst mich ja wieder. Puh. Ah. Ach so, da ist er ja schon wieder. Äh, dann halte ich mich stumm. Ja, Tito. Ja, Tito. Bin ich jetzt stumm? Ich höre dich noch. Und jetzt? Hallo? Immer noch? Ja, im Spiel oder im Discord? Doppelt. Und jetzt? Ja. Ach so, okay, wir. Also du und Flocke hattet noch nie einen. Oh Gott. Genius, kannst du zufälligerweise gerade noch unser, äh, Schatten des Krieges-Video raushauen? Ich bin doch gemuted. Ja, jetzt höre ich dich nur noch einmal. Okay. Wir versuchen gerade auf YouTube... Wunder dich nicht, wenn ein paar Ausrufezeichen bei euch auf dem Discord auf einmal im Chat stehen. Alles klar. Das ist meine Mute-Taste. Ja, wir versuchen gerade bei Schatten des Krieges, ähm, Mittelerde Schatten des Krieges die 10.000 Aufrufe zu schaffen. Wir sind bei 9547, glaube ich. Carry on Island, come on. Ich liebe dieses Spiel. Au, äh, Genius. Ja, dieses Spiel ist klasse. Als Supernatural-Fan finde ich das sehr geil. Genius tut mir leid, du bist ja, bist ja kein Mod. Ich rede mal mit den anderen. Ich glaube, wir könnten dich wirklich zum Mord machen. Alter, was war denn das? Superschnell geladen. Wuh. 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 Hallo. Hallo, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber ich bin jetzt auch hier. Räucherstäbchen, Zentimeter, äh, Thermometer, äh, Geister-Event, okay. Okay. Oh Gott, das ist das Paul-Haus. Wir müssen Julius Celsius. Julius Celsius. Den zehnten seines Grades. Julius Celsius Räucherus. Den zehnten seines Grades. Paul, warst du das gerade? Pforte von Thermometus und Eventus. Ja, finde ich gut. Ich nehme eine Taschenlampe. Einmal Mod status, ja, Super Paul. Also, ich finde, Genius hat es verdient. Der ist so gut wie immer dabei. Er macht super Werbung. Was hast du? Ähm, ich habe bis jetzt Thermometer, Taschenlampe. Also, ich würde die Box, äh, also die Sprachbox hast du? Ne, ich habe einen EMF-Reader. Ah, dann nehme ich hier die Sprachbox. Okay. Den Pony-Status, oh geil. Dann nehme ich noch mit... Cyberpony, ich erzähle dir von meinem Traum. Wenn ich reich wäre, würde ich mir, jawoll, für ganz viel Geld ein Pferd kaufen und würde das einfach bei Sonnenaufgang am Horizont entlang reiten lassen. Und auf die Frage, warum, würde ich sagen... Reich. Was, sorry? Ich habe gerade mit der Community Scheiß gemacht. Äh... Ja, ne, ein Kumpel hat mir letztes Mal gesagt so... Ich sage zu ihm so, ja, nimm halt das Kreuz. Und er so, das ist ein umgedrehtes Kruzgefühl. Kruzgefühl. Alter, wie dumm bist du eigentlich? Ich habe gerade meinen Tee, den ich gerade trinken wollte, zurück in die Tasse gespuckt. Komplett, danke. Plötzlich gehen raus im Dino. Beste Aktion. Da schwimmen Dinge drin, die da nicht rein gehören. Und ja, ich bin ein Ekel. Ja, alles, was da drin ist, was da nicht rein gehört, ist ja von mir. Kommt ja aus mir. Es tut mir leid, die Idioten, die sagen, man vergiftet sich selbst mit der Maske. Alles, was in dieser Maske reinkommt, theoretisch, kommt aus mir. Der Raum hier wäre mir lieb. Wir hatten schon lange keinen Knochen mehr, oder? Stimmt, aber ich habe auch Knochen. Alter, Noctis! Hast du ihn? Nee, ich kann ihn nicht nehmen. Na gut, kann man ja gleich mal aufheben. Hast du bei dir erst da unter Lörtsam? Äh, nur Follower und den ganzen anderen benachrichtigen. Mach niemals bei diesem Spiel Sound-Alerts wie Türen öffnen, schnaufen, atmen oder Schritte. Geht nicht gut aus. Die Community ist böse. Ach. Aktuell haben wir ja fast die gleiche. Wenn sie von 4U kommen schon. Gott sei Dank, es ist kein Kellergeist. Ich weiß, Paul. Also bisher habe ich nichts Auffälliges. Ich auch nicht. Temperatur ist stabil. Ich gehe mal hoch. Natürlich muss es wieder oben ein Geist sein. Es kann ja kein Geist sein, der mal im Eingangsbereich wartet. Was? 9 Grad? Moment, Cat sagt, ich hätte etwas übersehen. Hey? Oh ja, oh ja. Es ist der Geist der Waschmaschine. Ach nee, nicht der schon wieder. Ja. Also hier sind 8 Grad. Wir haben halt keine Minustemperatur, aber das ist der Geisterraum. Warte, ich gucke mal. Hallo, bist du da? Hier sind Fingerabdrücke an der Tür. Magst du Bratwurst? Bist du ein Erwachsener oder ein Kind? Bist du bei Paul? Yes. Jetzt. Bist du hier? Jo, wir haben Sprachbox. Wir haben Fingerabdrücke und den Sprachbox. Danke dafür, Alblali. Was? Ach du, magst du Bratwurst? Hahaha. So. Jo, Fingerabdrücke und Geisterbox, ja. So. Was müssen wir noch gucken? Das war in dem Abstellraum hinten, oder? Jo, genau. Die Geister-Waschmaschine. Hast du eine Kamera? Ne, ich habe das Buch dabei. Gut, Kamera habe ich. Gut, Kamera habe ich. Buch ist voll, wir haben's. Sehr geil, dann machen wir nur noch Foto. Ist ein Spirit. Gut. Geisterbox, Geflürtemperatur, Fingerabdrücke und... Profi! Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Jo. Der Geister-Waschmaschine kann ja nur eine Frau sein. Noctis, den Spruch wünsche ich dir Durchfall. Das war jetzt leicht. Wir sind eben zu gut einfach. Wir sind einfach zu gut. Ja. Ich bin Sam und du bist Dean. Juhu. Du bist der, der ständig stirbt. Haha. Ja, ja. Warte mal. Gut, ähm, ausräuchern. Jeder ist zweimal gestorben. Ne, einmal gestorben. Ich mach ein Foto von ihm. Alles klar, ich habe die Räucherstäbchen, weil das ist auch ein Auftrag, den wir haben. Foto brauchen wir eigentlich gar nicht. Gut, bringt uns halt mehr Geld. Okay, also die Spirits sind meistens in einem Gebiet, in dem der Tod nicht aufgeklärt wird. Ich vermute mal, dass in der Bedienungsanleitung der Waschmaschine nicht stand, dass man die Kleider vor dem Reinigen auszieht. Und er ist in der Waschmaschine ertrunken. Wir sind in Amerika. Es ist nicht so unrealistisch. Waschmaschinen, Leben länger mit Kankung. Geist, komm her, bitte. Erlöse mich. Wie heißt denn der Geist eigentlich? Das ist für dich. Okay, er reagiert auf Gruppen und wenn man alleine ist. Er heißt Mark Jones. Das ist der Bruder von Jones, Mark. Michi, ich hoffe, du spürst gerade die Community Schelle. Bruder Jakob, komm zu mir. Du räucherst ihn aus und ich fotografiere. Ja, eigentlich war das gerade saudum, was ich gemacht habe. Wow! Du Drecksack, du Schwein, du! Bleib still. Mark Jones, Mark Jones, Motherfucker, Motherfucker, Mark Jones, Mark Jones, Mark Jones, Mark Jones, Mark Jones, Mark Jones, Kill him! Oh! Alter, du Schwein! Weißt du, warum ich geschrien habe? Weißt du, warum ich geschrien habe? Warum? Warum? Ich schicke dir schnell ein Bild auf. Oh, Ding. Discord. Ja, äh, nee, auf, äh, Instagram. Boah, Alter, diese Sau. Houdini für Arme. Ja, das hat gerade gut ausgesehen, gell. Der lacht sich da einen ab, die Sau. Boah, ich hab... Ach, du siehst mich da nochmal eh. Oh! Irgendwie will das bei mir gerade nicht laden. So schön. Dieser Geist hinter ihm. Bitte was? Guck mal ins Buch, hast du das gleiche Bild wie ich? Äh, nein. Nicht? Nö, hab ich nicht. Warte, ich guck gerade mal auf Insta. Ich hab mein Witzebuch gerade nicht parat. Hast du das Bild auf Insta geschickt, oder was? Ich hab das Bild auf Insta geschickt, ja. Okay, Moment. Wird bei mir nämlich noch nichts angezeigt. Bei For You, oder? Ja, ich hab alles über For You. Ah, ja, jetzt. Alter! Ich halt's mal in den Stream, Leute, dass ihr es seht. Alter, läuft die Sau mit der Sense hinter mir. Ja. Ja. Ja, moin eh. Boah. Das sieht auch ziemlich durchgenommen aus. Da hat er wohl den Weichspüler vergessen. Ich find's aber schön. Kein Geister-Event eh. Der Weichspüler eh. Ein Geistspüler. Ein Geistspüler. Ich hab Power, das tut mir leid. Oh. 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 Okay. Also, das Geistspüler-Event haben wir immer noch nicht. Wir hatten den Geists, das reicht mir. Ja, würd ich auch sagen. Ich guck grad, wo ich eingeloggt hab alles. Also ich hab's bewirrt. Geisterbuch, Fingerabdrücke, Geisterbuch, Spirit. Jo. Sollen wir noch versuchen, was zu machen oder sollen wir abhauen? Das wär eigentlich nur noch das Geistspüler-Event, oder? Ja, eigentlich schon. Wollen wir's probieren oder nicht? Probieren wir. Okay, ich lass die Kamera hier. So. Ich nehm nur den EMF. Nee, den. Warte kurz. Hast du grade gepupst? Was? Hast du grade gekackt? Alter, was geht mit deinem Körper? Ja, das ist super. Mark Jones. So, hier bin ich. Gut, okay, wir haben das Geists-Event. Hello. Ja, ich bin reingegangen, hab Mark Jones gesagt. Er hat mir ans Ohr gestöhnt, die Tür zugehauen. Ich hab mich eingeschissen. Mein Nachbar ist auf, ich höre ihn oben laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich, glaube ich, echt eingeschissen gerade. Ich habe gemeint, was soll passieren, wenn ich reingehe, zwei Schritte laufe und einfach den Namen sage. Was soll da passieren? Ach, Genius, oh. Oh, Genius, wie spielerisch du in meinen Nacken hauchst. Ihr habt es zu leicht, Kid. Nein, wir haben es nicht leicht. Wir haben es nicht leicht. Ich sterbe gerade für mich. Und ich hoffe, ich hoffe, ich habe es nicht leicht.